ARD Text im Auftrag von Funk Ey, das ist so geil Ey, guck mal, hier hinten ist ein Stall von meinem Eisstab Ja, du musst den Eisstab aber auch Ultimate machen Ja, aber ich muss es doch, äh, wo muss ich was anschießen hier Lass mal ein Leben halt Wo war ein Juggerlok? Da ist das das Feuerteil Wo war Eis? Mach mal einen Sturm hier Okay, stell dich einfach nur hier rein Ah, also ich mein, einen großen Sturm Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab Gedrückt halten vielleicht Alter, wie viele Zombies Ach so, endlich hast du hier einen gemacht Hier Der hält richtig lange an Lass gleich mal die anderen Stäbe dann noch holen Und dann, äh, hier das Ding zu Ende machen Aber was ist hier mit der Maschine? Okay Welche Maschine? Ja, dann, ich geh mal kurz zurück Ähm, lass ein paar Zeug mit am Leben Ich will kurz vorher steig Okay Nein Geh' ich wieder zu Geh' ich wieder zu Ja, jetzt hab ich vorher gestorben Dann schieß mal hier das Ding gleich an Ja, ne Wie viele Zombies das so können Ne Ja, ja Jaja Boah, ich hab Instacale Ja ich habe den geheimen eingang gefunden wo wo ich bin bei der falschen zeit gelaufen dein ernst nein oh man war es gerade knapp na welcher geheime eingang ich lasse ein leben ich brauche unbedingt jagger jetzt auf einmal nein grad gedacht die blätter fliegen und alles so geil gemacht die u-bahn-station ich habe schon vergessen die map hier heißt irgendwas mit l ja hier kommen her ich bin im zug ich bin im zug ja dann der wichse ist explodiert wo bist du im zug drin ich komme ok weil hier dann schießt du gleich mal im feuerstab gegen das teil hier gegen die maschine hier warte warte bitte kannst du mich noch erreichen der zombie ist er wurde vom zug überfahren hol mich hol mich ich habe mich ich habe mich ich habe mich ok komm her komm her pass auf du bachster fest richtig leicht was weil es ist komme her und machen machen ding nicht verlassen nein du kommst du nicht zurück junge ich kann schießen ich kann schießen ich kann schießen das ist da auch egal nein ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen ich habe gerade die luft angehalten ne ich bin ich bin der zug und eigentlich braucht jugga wir rennen in runde 23 ohne jugga ich pack fest ich pack einfach fest ok warte wie machen wir es 44 zombies ist keiner da ich pack fest das feuer macht mir schaden das feuer hat mir voll schaden gemacht von den starten einer lebt noch einer lebt noch das sind bloß am leben jetzt das sind bloß am leben jetzt das ist durchsfeuertod ich glaube ich oh mann grüße wir werden hier immer nicht drauf gehen scheiße oh oh komm zurück komm zurück da geht es nicht lang hier lang oh mann ich bin ohne jugga ja wir müssen ein leben weißt du bleibst in der erde hängen und dann bin ich immer halt gestorben was ich sammle die hier an warte lass mich noch ansammeln und lass mich noch einsammeln oh max ammo schieß nochmal drauf oh locker easy mit den stäben ey das ist so overpower ey das macht mir richtig spaß die können wir öfters dann auch mal spielen ey das blockiert einen so hier in der erde ey aber irgendwie ist es ziemlich leicht ja mit den stäben halt man muss erstmal alle stäbe auf ultimativ ok und dann und dann machen wir hier weiter den fremder record dann noch und so so viel zeit habe ich nicht mehr wie wie drei zombies einer ist der feuer zombie wie das sind die alle am leben ja gerne hä wie du schon viel zeit hast du nicht mehr der stirbt dann wieder durch vor ich sag's jetzt schon vor allem warum hast du 160 zombies mehr als ich und vor allem wie hast du das gemacht ich habe du kannst dich messern wenn du ein eisstopp in der hand hast oder wenn du eine starbe in der hand hast okay wir spielen die scheiß karte noch zu ende weil guck mal hier muss noch für den wagen hier losfahren lassen wir müssen dann noch hier den wagen losfahren lassen sie mit dem wagen gefahren hier unten bei pecke punch und dann als erst mal eine stäbe auf ultimativ machen jetzt gleich okay komm ich will das noch machen bitte ja dann nehmen wir einen anderen start mit einem lightning start mit ok hast du jetzt du musst du nehmen ich muss den eisstopp jetzt erstmal auf ultimativ machen ja du musst den anderen start erst ablegen in ultimativen kammer da und dann kannst du den anderen start nehmen du kannst doch eintauschen nein geht eben nicht ja dann hol dir halt kurze wandwaffe oder so keine ahnung nein das ist mir zu das kann ich lege ihn ganz immer zurück was nein ich hab mir elektrische gekauft ich idiot ja ich auch ich genauso oh man ich wollte gar nicht kaufen was 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 okay warte ich schütze mich jetzt gleich dann tust du mich wieder beleben habe ich keine perks mehr klappt ja tschuldigung ich bin die ganzen stadt halle bei dir auch sind warte ich fühlte mich komm kurz runter Ich mach das jetzt aufschneiden Warte Ja der Zombie kommt Nein Nicht auf den Zombie Okay warte Du hast Doktor Niete ne Lass dich von Zombie töten Lass dich von Zombie töten Warte warte Das ist halt das alte Piech Ich belebe dich nicht mehr Zieh 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 Geht das geht das geht das geht Ich hab dir gesagt das geht Ja ich hab außen wieder ein paar mal abgebrochen Mit wiederbelebenden aber außer sehen nur Geil komm hoch Der Zug ist glaube ich jetzt da Oh nein er ist gerade weggefahren Dann beeil dich Wir müssen hinterher So okay bin drin Bist du schon da angestanden? Ja der stand schon da Komm rein Achso bist du schon da Ich hab grad gedacht Hä was frisst denn der jetzt schon wieder? Oh Mann Zu gut Ach Glocke Ich hab mir noch Glocke noch Dass ich das Porta Punch holen kann Ähm Wir machen glaube ich dann erstmal auch gleich einen Freimacher Code mal Ja Ich hab noch ein Bild auf dem Handy Wie das geht glaube ich Dann machen wir das auch mal Weil ich will das unbedingt machen Oder Denks wir schaffen das E-Stack nicht Oh Chaka Hier ist auch die Kugel ne 1,5 Wunderfiss Wann hier ist auch eine Karte Oh nein Man konnte F drücken bei der Karte Achso ne das war für den Tank St. Francis Ah mein Winstaff Äh äh Eisdaff ist hier Ja Ich verhofft Chaka Komm rein Komm rein Es lief ihn Fällt er nach An den Tegel und ein euch braucht Ja ist doch so Hä wie hast du den Ding gemacht Den Wirbelsturm Wie machst du denn Wie wie mach ich denn Keine Ahnung Gedrückt halten oder wie Ich weiß jetzt den Freimodo Code wieder Auswendig weiß suchen garantiert nicht Glaub ich dir nicht Nein aber ich hab den Blog gefunden Wo ich mir alle E6 aufgeschrieben hab Ich geh zum nächsten Station Stimmt könnte ich auch mal Speed Cola holt ich mir dann gleich nochmal und dann machen wir hier mal den Fremd Rock Code Ah hier war es sogar Speed Cola Ja alle Städte auf Ulti Hier ist Speed Cola ne Das kann gleich nochmal runter zum Pack-A-Punch-Ding-Gain Ey wenns hier Rekorde gibt Inverted war Wenns hier gäbe Jetzt mal hier Rekord machen Wir mussten dafür schon in der Ostseite bekommen Dass wir so ein bisschen 24 ohne Channel gemacht haben Ja okay wir hatten schon mal zwischenzeitlich Gestager Okay warte Mach langsam Oh noch 9 Zombies Okay komm rein Wir lassen ihr Leben Ich hab noch die AN warte Ah perfekt ja